Achim Weidner von der Medialab Internetagentur hier in Rüsselsheim am Main. Zu meinem normalen Tagesgeschäft gehört die Pflege und Betreuung von Internetseiten meiner Kunden, ihrer Social-Media-Kanäle, Fragen von Datenschutz und Datensicherheit. Und gerade jetzt in Zeiten der Not durch die Corona-Krise, durch das Runterfahren und Schließen der Betriebe, ist es auch ganz wichtig, dass die Unternehmen weiterhin sichtbar bleiben. Und deswegen bin ich hier sozusagen ja auch als Mitglied im Vorstand des Gewerbevereins der Knotenpunkt für Online-Kommunikation. Wir haben hier auf der Homepage des Gewerbevereins eine Sonderseite eingerichtet mit aktuellen Informationen für Unternehmer aus dem Gewerbeverein, aber darüber hinaus für jeden Interessierten offenstehend. Auf dieser Seite kann er sich dann über die Hilfsangebote der Regierung, Tipps und Tricks und der Kollegen von Banken etc. informieren, damit er sozusagen in dieser Krise eine virtuelle Plattform hat, eine virtuelle Schnittstelle, wo aus dem Vorstand des Gewerbevereins, von Banken, von Leuten aus der Regierung, aber auch von Bundestagsabgeordneten hier zentrale Informationen einfließen, die täglich aktualisiert werden mit Formularen, mit Links zu den Hilfsangeboten. Das alles findet ihr hier auf der Sonderseite des Gewerbevereins. Und damit unterstützen wir oder ich hier aus meiner Agentur unsere Mitglieder, die im Gewerbeverein und auch im Treffpunkt Innenstadt ist jetzt nach der Fusion eine Sache, damit es eine zentrale Anlaufstelle gibt hier in Rüsselsheim, an der die Wirtschaft sich informieren kann. Ich drücke allen Kollegen, Kolleginnen draußen die Daumen, dass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Gerade das Internet wird ja auch von einigen jetzt als Neuland erkannt, neue Vertriebswege aufgebaut. Und ich denke, da machen jetzt viele aus der Not eine Tugend. Und ich würde mich freuen, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Gewerbeverein und darüber hinaus auch mit Rat und Tat in Fragen von Internetauftritten, Social Media, aber auch ganz wichtig Datenschutz, Datensicherheit wegen den jetzt neuen Homeoffices, die eingerichtet werden. Das alles gibt es hier aus der Agentur. Ich bin Mitglied im Vorstand des Gewerbevereins, schon lange im Gewerbeverein und im Treffpunkt Innenstadt. Und dann gemeinsam helfen sich Rüsselsheimer Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Sinne eine gute Zeit. Bleibt uns treu, besucht unsere Online-Publikationen, besucht unsere Webseite, auf der die Angebote Rüsselsheimer Unternehmen hinterlegt sind, denn der Geschäftsbetrieb geht weiter.